Die Aufschrift Adalet auf T-Shirts auf türkische Gerechtigkeit wird ebenfalls als gefährlich eingestuft. Der von Izmir nach Istanbul gekommene Zafel Solgun dürfte wegen des T-Shirts mit der Aufschrift nicht an der Gerichtsverhandlung im Fall der Zeitung Cumhuriyet teilnehmen. Als er es auszog, nahm man ihn nicht in den Saal, weil er nackt sei. Anschließend sagte man ihm, dass kein Platz mehr in dem Saal war.